Habe ich hier jemanden für euch, exklusiv hier mal, der erzählt doch ein bisschen was über Schokolade. Ja, bei den Aktionstagen, soll ich reinsprechen oder dich angucken? Ja, wo du möchtest. Bei den Aktionstagen gibt es in ganz ganz vielen Aktivitäten, Aktionen und so weiter auch harzbittere Tafelschokolade zu kaufen. Das ist ein Produkt, was in einer Sozialfuchskampagne der katholischen Arbeitnehmerinnenbewegung bis zum Trier entstanden ist. Wir haben aus einer fair gehandelten Zartbitterschokolade eine Tafelschokolade harzbitter gemacht. Die Botschaft heißt, wir stehen auf zartbitteren Genuss für alle und wenden uns gegen harzbittere Almosen. Und der Denkzettel beschreibt ein gutes Stück die gesamte Tafelgesellschaft und ihre Akteure, die Spender und Sponsoren, die Politik, die Betreiber, die ehrenamtlichen Helferinnen und die Kunden. Und ja, die Tafelschokolade kann man kaufen, 2 Euro zum Sonderpreis. Dankeschön. Wo kann man die kaufen? Bei mir jetzt zum Beispiel. Bei dir jetzt zum Beispiel. Und ansonsten, die Leute sind ja jetzt im Internet. Habt ihr eine Internetadresse? Genau, die steht auch da drauf. Achso, dann lese ich die mal kurz vor. Schenke ich dir. Achso, schönen Dank. Das ist, im Internet findet ihr das unter www.kab-trier.de. Und da steht dann Kampagne. Kampagne, ja. Ich kann das mal gucken, ob ich das richtig schön rankriege. Ja.